In diesem Video geht es um die Wahlen in der Weimarer Republik. Ich erkläre dir, was das bedeutete und welche Auswirkungen das auf die Geschichte hatte. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde 1919 die Weimarer Republik in Deutschland gegründet. Sie ersetzte das Deutsche Kaiserreich und führte ein demokratisches System ein. Das Parlament, auch Reichstag genannt, wurde nun durch allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen bestimmt. Die Weimarer Verfassung legte die Regeln für die neuen demokratischen Institutionen fest. Sie sah vor, dass Männer und Frauen ab 20 Jahren wählen durften. Der Reichstag wurde alle vier Jahre gewählt, der Reichspräsident alle sieben Jahre. In der Weimarer Republik gab es ein Verhältniswahlrecht. Das bedeutete, dass die Anzahl der Sitze im Reichstag im Verhältnis zur Anzahl der abgegebenen Stimmen verteilt wurde. Es gab keine Sperrklausel, sodass auch kleine Parteien in den Reichstag einziehen konnten. Es gab viele verschiedene politische Parteien in der Weimarer Republik. Von der SPD und dem Zentrum bis hin zur KPD und der NSDAP reichte das Spektrum. Dies führte oft zu einer Zersplitterung im Reichstag und machte es schwierig, stabile Regierungen zu bilden. Die ersten Wahlen zur Nationalversammlung fanden am 19. Januar 1919 statt. Die SPD gewann die meisten Stimmen und Friedrich Ebert wurde der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. Die 1920er Jahre waren für die Weimarer Republik eine Zeit der politischen und wirtschaftlichen Krisen. Inflation und Arbeitslosigkeit machten den Menschen zu schaffen. Auch Putschversuche wie der Kapp-Putsch 1920 erschütterten die junge Demokratie. Die Wahl von 1930 war ein Wendepunkt. Die NSDAP wurde zur zweitstärksten Partei im Reichstag. Dies war das erste Anzeichen dafür, dass extremistische Parteien an Einfluss gewinnen konnten. Nach weiteren Wahlen und einer immer instabileren politischen Lage wurde Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt. Dies markierte das Ende der Weimarer Republik und den Beginn der nationalsozialistischen Diktatur. Die Wahlen in der Weimarer Republik zeigten die Stärken und Schwächen der Demokratie. Sie erlaubten eine breite politische Beteiligung, führten aber auch zu Instabilität. Diese Instabilität machte es extremistischen Parteien einfacher, an die Macht zu kommen. Die Wahlen in der Weimarer Republik.